Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu die Siedler 3. Römische Kampagne immer noch. Die eine Insel haben wir ja in der letzten Folge komplette Obart. Jetzt mal ein bisschen am Aufbau einen Platz schaffen. Und dann werden wir wahrscheinlich hier auf die nächste Insel rüber gehen. Sobald wir genug Einheiten haben und genug Schiffe. Das nächste ist fertig, dann bauen wir gleich nochmal eine Fähre. Wie die alle vollkriegen, das wäre ideal. Also 3 mindestens und der Optimal wäre 5. Ah, das ist noch von vorher nicht angekommen. Ja, schon fertig. Jap, jap. So wird die auch gebacken. Da ist der Bäcker da oben. Ich suche hier mal weiter. Ohle. Keine Ahnung. Brauchen wir. Lass ich mich hier nicht zweimal sagen. Ohle. 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 Der ist komplett ausgestattet. Aber ob ich die anderen Insel dann auch besiedle, weiss ich noch nicht. Muss ich mir echt noch überlegen. Ähm. Nächste sind da. Sägewerk. Und wohl zu wenig Siedler. Müssen dann hier unbedingt die Prioritäten hochsetzen. Oder das Mittelgroße. Machen wir da auch gleich. Was brauchen wir eigentlich, um da oben... Schmelzer... Das ist ja wahrscheinlich auch nur ein Hammer. Oder der verwandelt sich einfach. Ich weiss es nicht. Guck an. Jetzt kommen die Siedler hier. Bei einer kleinen Insel, so viele Bewohner. Da hinten habe ich, glaube ich, das Eisen, ne? Gut. Brauchen wir hier schon mal irgendwo eine Eisenschmelze dann? Beruhig da hinten bauen. Eisen. Dann einen... Waffenschmied. Plus... Eine... Kaserne. Machen wir gleich hier. Schön am Wasser. Da ihr alle durchgeheilt seid, könnt ihr da mal hoch. Hier da. Rauf aufs Boot. Rauf aufs Boot. Hopp. Perfekt. Alle Tempel bauen wir da oben hin, ne? Ah, wer Mönch. Nice. Der lohnt sich eigentlich erst... nach unten, ne? Aber wenn der muss auch Gold oder sowas hier hin zaubert, habe ich auch nichts dagegen. Was bleibt hier stehen? Wie mache ich das hier? Welche Gabe? Waffen. Ballbahn. Oh, Gold. Ich sehe gerne. Nochmal Waffen. Super. Du bleibst schon hier stehen. Das nächste Schiff ist fertig. Du kommst hier nicht mehr drauf, oder wie? Nichts. Jetzt wird er fleißig geschmiedet. Und so Gott süffelt. Dürfte aber ein bisschen schneller sein. Jetzt fahren wir hier oben noch ein kleiner Tempel hin. Auch nochmal. Ja, vielleicht. Und dann... was hier... was hier... ...pflanzt er denn die Reben an. Hier? Vielleicht hier? Ja, hier wird eine Fischhütte gebaut. Tricky. Wir versuchen es trotzdem mal hier. Oh, wenn es nur wenig ist, wird uns was bringen. Oh, wenn es nur wenig ist, wird uns was bringen. Natürlich. Dann gerade hier hin. Ah. Profi. Auf Manuel eingestellt. Und da kommen da keine Soldaten raus. Wir nennen dich das hier. Wieder befüllen. Äh, Junge. Braucht noch einer. Rauf mit euch. Was ist unsere Offensive? 67. Wieder. Okay. Passt. Eine füllen wir ja noch hier mit. Oder zwei sogar. Wir haben da Platz. E4. Fertig mal. D4, 6, 7. Ja, sind zwei Schiffe. Und hier. Dass das halt noch von da kommt. Dann kann die Flotte los. Aber wir brauchen dann hier noch mal mehr Bewohner. Grosses kriege ich hier nirgends hin. Doch, hier. Ist nicht noch Schaufelnkraften, ehrlich gesagt. Ganz viel Kohle. Hier haben wir noch Eisen. Und noch das Toll. Dann schaut noch mal genau hier hinten hin. Ah, aha. Fahr. Mal was draussen. Gucken auch. Also schauen wir, dass hier der Insel da eigenständig ist. Machen wir noch einen Bauernhof mindestens. Wie gesagt, ein Strichel haben wir hier. Hier haben wir auch noch ganz viele Angelrouten. Aber die können wir ja noch nicht besetzen. Wir bräuchten eigentlich mehr Hammer hier, damit das schneller gebaut wird. Aber wir machen mal Fokus eher auf die Schiffproduktion. Andere Mönche schon wieder was Tolles machen. Nein, noch nicht. Hau schneller. Eisenbahnen, alles ist vorhanden. Dem hole ich dann die da oben ab. Und dann schmeißen wir gleich das nächste an. Oh, wo ist der fleißige Siele? Ah, da läuft er. Oh, wird das schief? Eigentlich machst du das. Gut. Voll gemacht. Nochmal eins. Und da hoch. Hier schicke ich mich auch schon hier hin. Denn hier ist es nur ein Weg. Hier gibt es natürlich auch nochmal einen Schiff. Und dann nochmal Rohstoffe suchen. Oh, hier hin. Okay, ich glaube, sie hat das verstanden. Jetzt wieder. Ah, Eisen. Na, Mönch? Läuft's. Sehr gut. Eisenschmelze steht. Frage ist, ob auch geschmolzen wird dann. Kulerei. Oh, wir haben hier so viel Holz. Hier habe ich 17 Siedler. Hier habe ich 38. Ja, da hat die Truppe mit. Gut ist, wenn der andere Gold hat und wir das hier oben steigen, das ist ja auch unsere Kampfkraft wieder. Da oben sehen wir schon das Land von ihm. Weiß ja nicht, ob er es ganz besiedelt hat. Sonst können wir hier mal parkieren. Ja, ich sehe schon Holzstämme. Bist. Okay. Ja, aha, aha. Ich gehe nochmal ab. Nicht, dass er da meint. Kommen schon. Bisschen was von Normandy. Also lieber segeln. Okay, ein Schiff hier noch und dann ein Schiff hier noch. Bitte. Okay, wir brauchen Hammer, 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 Hammer. Eins, zwei, drei. Dann drei Stück. Hier, eins, zwei, drei. Oh, ich habe das gesehen. Vielen Dank. Ich kann wieder stehen bleiben. Er hat auch alles wieder. Hat schon Zeit baden. Eis. Haufen haben wir hier auch schon. Haufen haben wir hier auch schon. Mist. Was? Hehehehe. 73. Nice. Sehr schön. Wenn wir liegen lassen, spielt keine Rolle, was rumliegt. Aha. Ist alles weg. Perfekt. Aber wie gesagt, eine Farm brauchen wir nicht mehr. Wir könnten höchstens eine zweite Bäckerei bauen, aber das ist ja alles vollgestopft. Schussverfahren hier noch ein großes Gebäude hinbauen. Das ist auch fertig. Das geht dahin. Und dann wieder eins. Und dann haben wir fünf. Soll ich die zur Sicherheit hier lassen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass der andere segelt. Ist dann... Ist das die Zwischeninsel? Und der andere ist noch weiter hier hinten? Das kann auch sein. Ich glaube, da waren wir drei nebeneinander. Hier, hier. Ist hier eins da oben. Und dann ist da oben die leere Insel. Ist doch irgendwie so aufgebaut. Auf mit euch. Und dann ist es auch schon wieder voll. Ich brauche ein weiteres Lager. Hoch. Dann... Ist denn ausgebildet? Sehr gut von Hollywood. Äh... 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 Fast. Genug. Da fällt der Material. Warte mal. Hier muss das doch richtig was sein. Hinlaufen musst du nicht. Wetter. Oha. Oha. Ich habe keine Einheit, ne? Der andere kommt da fast rüber. Kleine. In der Mitte. Das ist dann... Der Große. Wir haben fünf. Hast du schon alles? Ne, fällt noch ein Dritt. Wenn wir das haben, das Schiff lade ich und dann greifen wir an. Eisen ist da. Jetzt fällt die Kohle. Da braucht Platz hier für Bauernhöfe. Muss ich das Essen nicht noch mal da reinstellen, oder? Oder doch. Muss ich, muss ich, wie das aussieht. Ja, jetzt. Ähm... Die Brot haben wir ja eigentlich nicht. Hätte ich noch Brot rüberbringen können. Ein Rekruten. Dann gehen wir mal da schauen. Da wird gefischt. Hier wird gefischt. Da auch. Hier noch ein Fischer hinstellen soll. Komm, bringt es nichts, stattet es nichts. So, hier. Der Fischer. Perfekt. Runter segeln. Bauen noch mal eine. Aber wir greifen, wenn das beladen ist, mal an. Wirklich, dass der da viel hat. Der hier macht mir mehr Sorgen. Aber... Wie gesagt, wir haben 74. Hoffe ich einfach, dass der andere da nicht komplett, äh... Perfekte Soldaten hat. Oh, schon der Rand voll. Ich bringe hier noch mal eine Säge hoch. Sollten wir auch noch ein paar haben hier, oder? Ja. Ich habe ein zweites Sägewerk. Wo, wo, was? Da hinten? Okay, machen wir es halt hier. Gut. Unsere Flotte ist komplett. Ich speichere mal der zweiten. Und wir gehen hoch. Äh, nicht da. Ich gehe da hin. Mal schauen da. Vielleicht hat der Mensch noch mal da die volle Sicht. Obere Insel, die wir besiedeln könnten. Da wäre immer Werkzeug, ja? Alles klar, was haben wir hier? Einheiten. Nichts, was uns irgendwie gefährlich werken könnte. Landa. Landa. Entladen. Bau hier. Wenn, dann geht ihr da rüber. Ich gehe es da hin. Und dann klagen. Wäre schön. Dann nehme ich mal. Und ein bisschen runterfahren. Mal ein bisschen aus dem Zielseite. Da hoch. Jetzt sind sie nieder. Ja, es ist wirklich schönen Platz. Wenn sie sich die Bauern hätte bauen können. Aber du. Wenn wir schon drüber spielen, kann man auch sagen, viele Wege führen nach Rom. Dann. Jetzt hab ich schon wieder mehr. Hm. Nicht sicher. Da drauf. Den hier reisse ich ab. Das wird nach vorne. Den hier brauche ich eigentlich auch nicht. Den halte ich einfach als Spähpunkt. Ihr könnt da mal runter. Die Kippe kann dahin. Du kannst auch darüber. Und die zwei könnte ich eigentlich schon mal befüllen. Warte, ist das schon alles? Okay. Brauche ich nicht. Da ist die Kaserne von denen. Auch weg. Dann kloppt. Ah, ist ja unser Turm. Klopft mal da an. Weg. Da ist auch so viel Holz. Ich könnte da mal drauf. Da ist noch einer verletzt. Aber der hat jetzt halt. Wo ist das Volverse jetzt? Ich kann dann da drauf. Der schön. Der ist besiegt. Könnt ihr da mal zurück marschieren. Und da kann ich einreissen. Was willst du mir sagen? Eine Fähre. Wunderschön. Hier hin. Das kann hier hoch. Die Zeit behalte ich. Da hin. Da hin. Oder hier hin. Da hin. Das hier sollte eigentlich eine ganz kleine Insel sein. Dann. 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 Wir lassen die uns noch alles unter den Nagel. Ist jetzt besiegt. Wollte eigentlich heißen. Der 64 bleibt gleich. Ah, da kann doch ein paar aufstellen. Das ist doch super. schöne weg sterbt mir ich kann sagen auf die schiffe fertig los auch ein paar manch ich brauch dich noch mal muss mich kurz die insel hier komplett aufdecken ist noch das hier oder da wird auch erworben wie das er geht das rüber okay hört dann da hinten auf das rüber ist voll jetzt ist es voll hier scheint auch voll zu sein dann auch hier drauf gut 80 da drauf noch mal eins ist hier stein oder was ist hier los ich weiß nicht ob ich alle einheiten brauche hätten wir dann sehen auch voll beladen hierhin ladet euch mal runter ich lasse ich beladen schauen wir weit damit kommen muss ich das nicht alles zusammenfrieden wieder da kommt die mit schießen ich lasse hier der weg ab okay die schnäzen wir gut weg schon viele türen aber da hat er ordentlich anheit ich gebe die noch mit aufziehen ziemlich verwundet unsere leute aber jetzt ich gehe jetzt durch gefällt mir nicht viele hoch mit euch habe ich hier du kannst drauf obwohl ich glaube ja ich weiß nicht ob wir das schaffen und hinterher wunderbar weiter da die parken darüber Und da wird auch kein Goldlager, wie ich das sehe, dass wir den Letzten haben. Ah, Sunny Posten hier. Ja, mit holten Rest. Jetzt mal drüber. Hier haben wir schon Nachwuchs, jetzt haben wir dann nochmal zwei Inseln vor uns. 93, nice. Noch da hin. Da, hier reißen wir alles ein. So, der ist auch erledigt. Alle schön brav hierher. Damit haben wir jetzt auch viel Werkzeug. Das erste Schiff hoch. Äh, vielleicht sägen müssen die hier hin, hab ich das nicht mal gesagt. Drei. Oder sind die hier oben gemeint vielleicht. Hingegen nur noch Segen rum, wo ich nicht gesehen hab. Ah, ne, alles gut, alles gut, alles gut. So, getan. Noch getan hab ich ja was. Nämlich das hier. Das kommt wieder weg. So, da klicken wir uns mal kurz durch. Da stehen noch Einheiten. Ja, runter mit euch. Ja, ja, ja. Große Abnüppel. So. Die ist kleiner geworden. Die rüsten wir jetzt gleich wieder auf. Super. Die perfekte Schwertkämpfer. Gucken wir noch mal ordentlich auf. Wir sehen ja schon Güste. Also schon mal rüber. Hoch. Die abholen. Noch keiner. Oh, hier hat es viele. Rauf mit euch. Hey, Chef. Bis dahin. Oh, Feini. Rauf mit euch. Ich nehme mich auch wieder mit. Es ist gut, dass wir wahrscheinlich den zuerst angegriffen haben und nicht gleich hier oben hin sind. Hat uns viele Schwierigkeiten sehr wahrscheinlich erspart. Da ist auch voll. Auch rüber. Hoch. Noch voll beladen. Ran an die Küste. Uh, der erste Dicke ist da wieder. Junge, du blockierst. Rauf. Jetzt fährt es ran. Sehr schön. Uh, da hin. Ich habe das Gefühl, wir kämpfen mehr gegen Asiaten als gegen die Ägypter. Aufholbeladen. Und kein Schiff mehr. Alles klar, das geht nur nach oben. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge greifen wir diese Insel an. Ich sage wieder mal, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao. Ciao. Vielen Dank.